Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Furnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Wiener Wichtengag-Marzdorf-Karfshaus gelangt. Mit dem Angriff Steiner wird das alles in Ordnung kommen. Mathira, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Der Angriff Steiner ist ein Befehl. Wer schickt sie? Das ist ein Befehl, das ist ein Befehl. Oh, Gott, ist das einfach wegkommen. Das ist ein Befehl. Das ist ein Befehl. Nein, das haben wir belogen, sogar die Assis. Die gesamte Gängerin betet den Zweite als ein Haufen Niederzellreistiger Treue unserer Feindlinge. Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten die für Sie verbinden. Nicht als Feindlinge, bereit als Verzager. Mein Führer, was Sie da sagen, ist unruhendig. Die Kinderlandtät ist doch geschmolz des deutschen Volkes. Sie ist ohne Ehre. Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu lassen, mit einem Messer und Gabel hält. Jahre lang ist das Militärmele-Aktionen nur behindert. Es hat mich geben nur, es wird gegen Widerstand in den Weg geleckt. Ich hätte gut daran getan, von daher alle Höreroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin. Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Verräter. Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Es war ein ungeheuer Verraten über dem deutschen Volke. Aber alle dieser Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden gesoffen in ihrem eigenen Blut. Bitte gerne. Jetzt beruhig dich doch.